Heinrich Walpott war der erste Hochmeister des Deutschen Ordens in der Zeit von 1198 bis spätestens 1207, als der nächste Hochmeister belegt ist. Da es zahlreiche Familien mit dem Namen Walpott gab, war es der Forschung zumindest bis zum Jahr 1969 nicht möglich auszumachen. Aus welchem Geschlecht er stammt, die wenigen Informationen, die über ihn bekannt sind, stammen häufig lediglich aus Theorien von Historikern. Aussagen müssen daher immer wieder auf ihre ursprünglichen Quellen hin überprüft werden. Eine der älteren Theorien behauptet, dass er zur Familie der Walpott von Bassenheim gehört, einem rheinischen ministerialen Geschlecht. Nach anderen Quellen solle Heinrich Walpott bürgerlicher Herkunft gewesen sein und einer Kaufmannsfamilie aus Mainz entstammen. Der Ritterorden ging aus einer Spitalbruderschaft hervor, der schon 1196 ein gewisser Heinrich als Präsept davor stand. Hinter dem man den gleichen Heinrich Walpott vermuten darf, wurde er dann wohl zum ersten Hochmeister des neu kreierten Ritterordens gewählt. Auf Vermittlung von Papst Innozenz III. erhielt Heinrich 1199 von Gibaterrell, Großmeister der Templer, eine Kopie der Klosterregeln des Templerorden, die er für den deutschen Orden übernahm. Heinrich starb am 5. November irgendwann vor dem Jahr 1208, als schon sein Nachfolger amtierte, im Heiligen Land und wurde in Akon begraben. Auf dem Jahr 1208, als schon sein Nachfolger im Heiligen Land und wurde in der Stadt geimpact, der von Summerablister, eine Kopie der Klosterregeln des Tabs in der September 2011, in chr. Er wurde im Heiligen Land und wurde in der Stadt geimpact, Er hat eine Kopie vom Heiligen Land und wurde in der Stadt geimpact, mit einer Kirchfläche in der Stadt geimpact werden kann, in der Stadt geimpact werden kann. Er hat eineroube im Heiligen Land und wurde in den Stadt geimpact,